Wir wollen Sie auf eine Rechnung in das Vergangenheit, zu der Zeit der Weltwahr II. Ich will auch endlich dazugehören. Wir müssen weitergehen, wir müssen nicht die Brühe verbrechen. Endlich sind wir Soldaten. Wir haben ja sonst gestartet in Kokkuch. Mama, Papa, wie geht ihr? Ich muss nur sehr aufhören. Einfach so etwas, das noch niemals hätte. Wir lassen uns nicht die Brühe. Weltwahr II. Kinder wie uns erlebt haben es lange vor, und wir wollen Ihnen darüber erzählen. Wir lassen uns nicht die Brühe. Da, sind die Deutschen? Ich sehe so. Ich bin nicht bereit. Was ist denn das? Der ist hier so alt wie mein Opa. Damit sollen wir kämpfen? Aber wir wollen nach Deutschland retten. Jetzt muss ich schießen, bitte. Ist nicht das laut? Stopp! Warum hast du das gemacht? Wir sind hier, um die Sache zu klären. Lassen Sie ihn bei uns mitmachen. Unsere Kameraden können Sie auch ins Gefängnis stecken. Wollen Sie das? Papa, kannst du bitte unterschreiben? Heidla! 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 INLUS Untertitelung des ZDF, 2020